Hey Leute, in dem heutigen Video werdet ihr einige der besten Gärungssägen auf dem Markt sehen. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Kundenzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr im Beschreibungsfeld unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder unten auf das Glockensymbol zu klicken, um als Erste über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 3 haben wir die Bosch Professional Panel Säge GCM. Die Bosch Professional Panel Säge GCM 8SJL ist eine leistungsstarke Kap- und Gärungssäge, die für professionelle Zimmerleute, Bauunternehmer und Holzarbeiter entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Werkzeug ist mit einem 1600 Watt Motor ausgestattet und ermöglicht effiziente und präzise Schnitte durch verschiedene Materialien. Ihre beeindruckende Schnittkapazität ermöglicht vielseitige Anwendungen, wodurch sie sich sowohl für kleine Projekte als auch für größere Aufgaben eignet. Eine herausragende Funktion der GCM 8SJL ist ihre große Schnittkapazität. Mit einer maximalen Schnittbreite von 312 mm und einer Schnitthöhe von 70 mm kann diese Gärungssägebreite Werkstücke problemlos handhaben und eignet sich ideal für das Schneiden von Paneelen, Formteilen und anderen großen Holzstücken. Das Sägeblatt hat einen Durchmesser von 216 mm und ermöglicht saubere und genaue Schnitte bei jedem Einsatz. Die Schiebefunktion des Sägekopfes erhöht die Schnittkapazität und ermöglicht das Arbeiten mit breiteren Materialien, während die Präzision erhalten bleibt. Die Säge verfügt auch über eine Doppelgehrungsfunktion, die Gärungsschnitte in beide Richtungen ermöglicht, ohne das Werkstück drehen zu müssen. Die steigert die Effizienz und spart wertvolle Zeit. Hinsichtlich der Energieeffizienz ist die Bosch Professional Panelsäge GCM 8SJL in die Energieklasse E-Plus eingestuft, was bedeutet, dass sie mit minimalem Stromverbrauch betrieben wird und umweltfreundlich und kosteneffektiv ist. Auf Platz 2 haben wir die Schäpe HM216X Kappzug-Gärungssäge. Die Schäpe HM216X ist eine vielseitige und leistungsstarke Kapp- und Gärungssäge, die für präzise Schnitte in Holzarbeitsprojekten entwickelt wurde. Angetrieben von einem robusten 2000 Watt Mutter kann diese Säge eine Vielzahl von Schneideaufgaben mühelos und präziser bewältigen. Eine der Hauptfunktionen des HM216X ist ihr 210 mm durchmessendes Sägeblatt, das eine maximale Schnitthöhe von 65 mm und eine maximale Schnittbreite von 340 mm ermöglicht. Diese Schnittkapazität macht sie ideal für verschiedene Anwendungen, einschließlich des Schneidens von Kronenformteilen, Sockelleisten und anderen Holzmaterialien, die in Zimmere und Holzarbeitsprojekten üblich sind. Mit einer Laserführung bietet der HM216X verbesserte Schnittgenauigkeit, indem er eine sichtbare Schnittlinie auf das Werkstück projiziert. Diese Funktion gewährleistet präzise Schnitte bei jedem Einsatz, sodass Benutzer mit Leichtigkeit professionelle Ergebnisse erzielen können. Die Laserführung ist besonders nützlich für das Anfertigen von komplizierten Winkelschnitten und Schrägschnitten. Die Säge verfügt auch über robuste Aluminiumverlängerungen auf beiden Seiten, die eine stabile Unterstützung für längere Werkstücke bieten. Diese Verlängerungen helfen dabei, die Stabilität des Werkstücks während des Schneidens aufrecht zu erhalten, wodurch das Risiko von Ungenauigkeiten verringert wird und die Sicherheit beim Bedienen der Säge gewährleistet ist. Auf Platz 1 haben wir die Einhellzug-Cup-Gärungssäge. Die Einhellzug-Cup-Gärungssäge TCS M216 ist eine leistungsstarke Kup- und Gärungssäge, die für präzise Schnitte in Holzarbeitsprojekten entwickelt wurde. Mit einem robusten 1600 Watt-Motor liefert diese Säge effiziente Schneidleistung, um eine Vielzahl von Materialien mühelos und präzise zu bewältigen. Eine herausragende Funktion des TCS M216 ist ihr vielseitiges und verstellbares Design. Die Säge ist mit einem praktischen und benutzerfreundlichen Drehtisch ausgestattet, der schnelle Anpassungen und präzise Arretierungspositionen bietet. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, präzise Gärungsschnitte in verschiedenen Winkeln ohne Probleme durchzuführen und bietet Flexibilität bei verschiedenen Schneidaufgaben. Die integrierte Laserführung verbessert die Schnittgenauigkeit, indem sie eine sichtbare Schnittlinie auf das Werkstück projiziert. Diese Laserführung hilft Benutzern, das Material auszurichten und präzise Schnitte durchzuführen, insbesondere bei Aufgaben, die hohe Genauigkeit und Konsistenz erfordern. Die TCS M216 wird mit sowohl linken als auch rechten Verlängerungen geliefert, die zusätzliche Unterstützung für längere Werkstücke bieten. Diese Verlängerungen verbessern die Stabilität während des Schneidens, minimieren das Risiko von Ungenauigkeiten und gewährleisten die Sicherheit beim Bedienen der Säge. Die TCS M216 wird mit sowohl linken als auch rechten Verlängerungen geliefert.